Ja, hallo meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von The Witcher 3. Das ist unsere Chance. Ja, nie. Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elf. Oh. Verzieh mir. Wow. Gegen Ciri hat das besser geschafft. Ciri hat das irgendwie besser hingekränkt. Ja, ist ja gut. Oh, hier liegt auch schon richtig viel rum. Was ist, wo ist er denn? Komm schon, komm schon. Jawohl. Ja, ist halt... Da liegt einer eingebrochen, halt. Alter, ich bin ein heftiger Kampf. Ach so, jetzt weiß ich, warte, jetzt weiß ich, warum ich, warum ich keinen Schaden, ich würde mich die ganze Zeit, warum ich keinen Schaden mache. Äh, Meister... Ah, das brauchen wir zwar nicht. Und dann muss ich die ganze... Alter, ich hänge fest hier. Ah, diese Scheißdinger da, die sind fest... ...ja... ...komm schon. Ach, das bringt hier gar nichts. Das muss... Das muss da weiter. Sorry Leute, ich muss euch allein lassen. Das bringt gar nichts. muss dahin älteren herz okay wir ersaufen euch dreckschweine bis die bucht schwarz von euren leichen ist ok er Dinger sind heftig und es sind heftig als man kann nicht sie taumeln ich werde mich mal mit dem Diese Scheißpanzer. Fuh. Jawoll. Äh. Warte mal ganz kurz. Du bist auch echt der Bringer, Junge. Ach, da bin ich. So, ich sollte doch mal vielleicht an Bord gehen. Die Gegner werden ja hier nicht weniger. Die werden ja nicht weniger. Oh nein. Ich mochte ihn. Das ist dieser alter Uncrate. Der Vater von der aktuellen Königin da. Auf Skellige. Entschuldigung. Ja, berühmte letzte Worte. Du hattest deine Chance. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sterben liegst. cool, wie der seine Stimme verstellen kann, nur weil sie so eine kleine Maske aufsetzt. Die. Jetzt wird's heftigst werden. Mal los, zeig mir dann sein. Ich will sie sehen. Töte Eredin. Mit Gedankenbeeinflussung. Aua. Alter. Jetzt haben wir uns absonst verschossen. Alter, ich mach kaum Damage an dem. Alter, diese. Ja, ist ja gut. Alter, das wird ein langer Kampf. Oh, das wird ein langer Kampf. Ah. Wenn haben wir jetzt viel zu wenig Platz hier. Alter. Das ist scheiße. Oh, ernsthaft. Teleportiert hat er uns jetzt über... Ah. Alter Schwede. Wo ist er? Da ist er. Alter. Das wird ein heftiger Kampf. Wo ist er? Also wenn sein Eispanzer weg ist, geht's. Was für eine Aktion. Ich hab doch gar keine Aktion... ...geplant. Ich glaub, wenn ich den gleich auf dem Drittel runter habe, wird irgendwas passieren. Oder sowas zum Beispiel. Irgendwas wird passieren. Das weiß ich genau. Oh, ich will nicht da runterfallen. Oh. Aber jetzt läuft es relativ gut. Äh, wenn er nicht seine Eisbomben da immer auf uns schießen würde. Den wir aber gut ausweichen. Wo ist er denn? Da ist er. Also bald er teleportiert. Äh, einmal muss ich noch ein bisschen. Maximal zweimal. Komm, mal ein bisschen. Ja, ich knie auf. Ja, komm. Komm, einmal noch. Wo ist er? Feigling! So ein Feigling. Ja, ist er gut. Da komm, ein Schlag noch. Das kann sein. Alter. Ja, ich weiß. Boah. Boah. Jawoll. Was wollte ich so sagen? Hm? Äh. Genau ins Auge. Ja. Genau ins Auge. Ja. 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 Was wollte ich so sagen? Irgendwas, wenn du im Sterben liegst. Na? Ist er nicht mehr so der Große, hm? Geiles Thumbnair. Du hast mir also was zu sagen. Aber Lach hat uns beide, er hat uns beide gegen einander aufgehetzt und ist mit Serilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Ich würde ihn noch köpfen. Was war das? Was? What the fuck? Äh. Äh. Ernsthaft? Danke, Jennifer. Der König ist tot. Yay. Ich wusste, dass irgendwie sowas kommt. Und ich wusste, dass irgendwie so eine, so eine, so eine Lohnung kommt. Irgendwas mit der König ist tot. Lang lebe der König oder so. Oh. Aber ich glaube, dass es noch nicht vorbei ist. Ich glaube, das geht noch weiter. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalam uns vielleicht verhaken hat. Was? Ein Unwetter? Geh rein! Schau! Ich habe dem Typ die ganze Zeit nicht vertraut. Schutzschirm. Äh. Irgendwas anderes. Was? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber... Das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen. Schnell! Und Avalam aufhalten. Solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Hm. Komm mit. Und sei vorsichtig. Äh. Das letzte Zeit, Alter. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du will Avalam von ihr? Das gleiche wie Ehre nehmen die mich an. Er will sie benutzen um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Scheiße! Ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen. Verdammt! Das Schiff verdreht dir so mit! Versteck dich im Hohlraum auf der anderen Seite. Los! Aua! Die sind eigentlich Feuerschaden. Und die nicht. Das finde ich ein bisschen ungerecht. Ist das los? Tja. Was hier los ist, das regnet Feuer. Das ist los. Und ganz normal am Montag nur... Was hier los ist? Ragnarum. Fert. Ganz normal am Montagmorgen. Und ihr habt auf die. Wie ihr bleibt wenn der Schlag auflesen. Wie ihr den Waller! Sie ist nicht Ragnarum! Was? Wo ist sie hinh? Man. Bei dem Geraden erst lang. Was wird als nächstes gezählt? Hihrreif. Bleib bei mir! Da kommen noch mehr! Wir müssen uns beeilen, Geralt! Die Tore zwischen den Welten werden größer! Das Leben wird stärker! Wir haben nicht mehr! Ah, was geht denn hier ab? Jetzt haben sie aber echt... Jetzt hauen sie ein bisschen auf die Kacke hier! Jetzt hauen sie echt hier ein bisschen auf die Kacke! Wir werden weg haben! Warte! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Da liegt er! Ja, ich weiß, dass ich tot bin! Braucht er mir jetzt nicht noch zu sagen! Ist schon so peinlich genug! Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir aktuell sind! Ich glaube, so bei Folge 15, 16, 17, 18, 19 Dürfen jetzt ungefähr sein! Das heißt, wir sind jetzt so um den... ...dreißigsten, ein dreißigsten rum! Oder? Nee, Moment, ich hab' ich gerade... Sorry, ich hab' ich gerade in der Zeile ganz dezent! Ähm... Müsste so... Ende Juli ist Anfang August, müsste jetzt sein! Wie in den Wallach! Dies ist nicht Ragnarov! Noch nicht! Die Konjunktion fängt gerade erst an! Ah, die Ragn... Ich weiß es nicht, Gerard! Ich möchte es auch lieber nicht wissen! Ja, komm! Hm, da kommen noch mehr! Wir müssen uns vereinen, Gerard! Ja, boah! Wir müssen zusammenbleiben! Ja, ich komm' ja schon, Herr Defer! Das geht noch stärker! Wir haben nicht viel Zeit! Oh! 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 Was hat dieser Fisch? Die weiße Käse! Ich warte jetzt mal, die aufsehen! Wir werden bekamen! Warte! Guare, Sabel! Ich... genau! Sehr gerne! Sehr, sehr gerne! Ich, dass ich nochmal darunter falle, wie so kleines Kind! Alter, was für ein krasses Finale! Die hauen richtig auf die Kacke! Komm schon! Oh! Ich darf nicht so weit! Von ihr weg! Äh... Okay! Komm schon, Yen! Das ist halt auch nicht die schnellsten! Solltest vielleicht keine Stöcke Schuhe anziehen! Wenn du den Kampf ziehst! Hier ist völliges Chaos! Oh! Oh! Soll! Na, komm schon! Waaaah! Eilig hast du's nicht, Mädel, oder? Überrascht mich jetzt nicht! Ich komme mit Ciri zurück! Ich weiß! Agores! Telgane! Agores! Jetzt Gires! Oh Gott! Nein! Jennifer! Mir geht's gut! Geh jetzt! Und bestell Amalach! Herzliche Grüße! Gib dich zum Elfenturm! Guck, dass hier ein bisschen ruhiger ist! Oh, da ist ein völliges Chaos da draußen! Ich glaube, hier kommen noch ein paar Überraschungen! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Hallo, Amalach! Können wir kurz mal reden? Gerald! Wie bedauerlich! Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst! Ja, jetzt hab ich's aber mit angesehen! Ganz nah! Hör zu! Sei still! Mir reicht es mit einem Scheißdreck! Zieh die Waffe! Ringen wir's hinter uns! Was? Pfff! Was? Du meinst, darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig! Ich habe dir einmal vertraut! Den Fehler mach ich nicht nochmal! Ich bin nicht dein Feind! Ich helfe Zirilla doch nur! Ich glaube dir nicht! Kann ich nicht! Nicht nach all dem! Glaubst du denn mir? Ziri! Ich hab' ich denn das Schwert gepackt! Verlag sagt die Wahrheit! Ich hab' ihn gebeten, mir beim Öffnen des Todes zu helfen, den ich betreten will! Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt! Die weiße Kälte aber nicht! Die Prophezeiungen sind wahr! Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind! Ich weiß, was euch erwartet! Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten! Nur ich kann es! Die Prophezeiung der Edlinne ist dummes Geschwätz! Wir werden nicht ausgelöscht! Du hast die Zukunft gesehen! Schon vergessen? Die Entropie kann niemand aufhalten! Die Welten werden einfrieren! Eine nach der anderen! Und alles Leben wird enden! Aber Lach hat recht! Wenn ich nichts tue, sind Menschen, Elfen! Alle dem Tode geweiht! Es muss einen anderen Weg gehen! Was weißt du schon vom Welten retten, Dummkopf? Der Hexer! Was mache ich vom Frühstück? Welten retten! Das ist meine Geschichte, nicht deine! Lass sie mich zu Ende erzählen! Tu mir das nicht an! Bitte! Nicht jetzt! Ciri! Geralt, glaub mir! Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen! Vor allem lauf nicht so bauchfrei rum! Mittel! Aber ich kann nicht! Ich muss es versuchen! Für dich und Yen und Triss für alle! Drück mir die Daumen! Alle drei! Was? Ich muss in der Seite stehen gehen! Ich muss in der Seite stellen! Ich muss in der Seite stehen! Du musst in der Seite stehen! ich hatte wieder ihre alten klamotten an er ist es ich habe gerade voll die soundpacks ich habe schon sehr wie du schaffst das aber dies Nein! Ich muss eigentlich mal eine Pause machen, wir sind schon bei 26 Minuten. Gut, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und morgen geht es dann weiter. Vielen Dank, bis morgen. Ciao!